Musik Wenn man sich so die Medien heute anguckt, könnte man meinen, die Geschlechterwelt ist in Ordnung da. Man sieht viele Frauen, die berichten, analysieren, manchmal auch kommentieren. Wie kam es, dass Sie in diesem Kontext Feministin wurden und wann war das? Ja, das liegt eine ganze Weile schon zurück. In den 75er Jahren, so um 75 herum, hatten wir das Jahr der Frau. Und da brachte der Deutschlandfunk aus Anlass dieses Jubiläums etliche Kommentare und Berichte, die gesendet wurden. Und der Intendant kam auf die Idee, machen wir doch mal einen Band all dessen, was in diesem Jahr gesendet wurde, zum Jahr der Frau. Und ich bekam diese Aufgabe, alles zusammenzustellen und dann gab es also diese, nach Abschluss der Arbeit, diese Dokumentation zum Jahr der Frau aus dem Deutschlandfunk. Und als ich die durchsah, habe ich gesagt, ist ja nicht so viel, was da gesendet worden ist. Und habe mir auch erst mal angeschaut, was steht denn da drin. Und ich denke mal, dass das der erste Ansatz war, mich näher mit den Problemen der Frau zu befassen. Dazu hatte ich vorher keinen Anlass gesehen. Doppelbelastung von Frauen war für mich kein Thema. Ich lebte gut dahin und habe mich die Problematik gar nicht beschäftigt. Und es hat es auch damals gar nicht direkt danach Anlässe gegeben. Aber dann schritten die Zeiten voran und dann gründete sich allmählich das Netzwerk der Medienfrauen in den Rundfunkanstalten. Und da habe ich gedacht, ach, das ist etwas, was mich also doch auch interessieren würde. Dann wurde ich also inzwischen auch, nachdem ich meine Aufgabe als Pressechefin des Deutschlandfunks abgegeben hatte und in die Intendanz gewechselt war zum damaligen Intendanten Reinhard Appel, kam dann wieder so zum ersten Mal die Frauenfrage wieder hoch. Aber sie hat mich nicht so allzu sehr beschäftigt. Sie sind ja damals 75, waren Sie 40 Jahre alt? Ja. Ja, da waren Sie also eine Weile da Referentin des Intendanten. Erst des einen, dann des anderen. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war es vor allem dann Ihre Tätigkeit in der Aus- und Fortbildung, die Abteilung haben Sie ja dann anschließend geleitet, die bei Ihnen dann noch so ein paar Lichter hat aufgehen lassen, ne? In der Tat, ja. Erzählen Sie mal. Ja, die Aus- und Fortbildung lag in allen Rundpunkteanstalten im Agen und die ARD gründete dann die sogenannte Kommission Aus- und Fortbildung und wählte Herrn Becker zum Vorsitzenden. Und dann sagte er, das ist doch eine tolle Aufgabe für Sie. Wir bauen die Geschäftsführung auf. Ich bin der Kommissarische Vorsitzende, äh, bin der Vorsitzende der Kommission Aus- und Fortbildung und Sie organisieren das alles. Und dann sage ich, Herr Becker, wir haben ja noch nicht mal selber hier eine Aus- und Fortbildung im Haus. Das müssen wir doch auch erstmal machen. Dann sagt er, ja, das können wir ja alles machen. Und das haben wir dann auch alles gemacht. Und die Aus- und Fortbildung nahm einen solchen Schwung ein bei der ARD. Das kam mir zugute, weil ich auch mittendrin in einer so tollen Aufgabe war, die Aufbauarbeit zu leisten hatte, die noch heute Spuren hinterlassen hat. Und da kamen ja dann auch Frauen in die journalistische Ausbildung. Da kamen Frauen in die journalistische Ausbildung. Und zwar auch von daher hatten wir im Deutschlandfunk einen Bildungsausschuss gegründet. Und komischerweise ergab es sich, dass die Frauen auch besser vorgebildet waren durch Praktika und alles. Und dass sie bei den Runden, die wir zum Vorstellungsgespräch eingeladen hatten, prägierten und besser waren als die Männer. Also haben wir gesagt, bilden wir die Besten aus. Ich bin immer noch der Bein, dass die Besten ausgebildet werden sollten und die Besten auch genannt werden sollten. Und so kam es, dass der Anstieg der Frauen in der Aus- und Fortbildung wirklich nicht nur im Deutschlandfunk stieg, auch in allen Rundfunkanstalten. Merkte man an den jährlichen Statistiken, die ich dann zu erstellen hatte, Anstieg. Und kam den Frauen das dann zugute? Sind sie dann auch schnell in die guten Funktionen, in die guten Positionen gekommen? Das nun leider nicht. Da zeigte sich dann wieder, dass die Männer doch bevorzugt wurden. Das ging schon los nach Ende des Volontariats, wo die Männer Festanstellungen angeboten kriegten und die Frauen nur freie Verträge. Daran hat sich meiner Ansicht nach bis heute nicht viel geändert. Aber das hat Sie damals doch schon gefuchst. Das hat mich sehr gefuchst und da habe ich gedacht, so jetzt muss ich was für Frauen tun. Und habe dann eben halt versucht, was zu machen war. Was war denn zu machen? Das war zu machen, dass man also auch besonders dafür sorgte, dass sich mehr Frauen bewarben, um hohe Fortbildungsmaßnahmen antreten zu können. Wenn ich nicht zu den einzelnen Frauen hingegangen wäre und habe gesagt, macht ihr mal einen Führungskurs. Die Männer machen das alle. Ihr kommt da durch, dann habt ihr vielleicht einen Schritt. Und so bin ich dann also dazu gekommen, auch in enger Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Mit dem hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, sodass wir gemeinsam an einem Strand zogen, vor allen Dingen auch im paritätisch besetzten Bildungsausschuss. Sie waren ja seit 1978 auch ehrenamtliche Vorsitzende der Auswahlkommission für die Vergabe von Stipendien von Journalisten in Europa. Haben Sie in dem Kontext auch Frauen fördern können? Oh ja, das konnte ich in der Tat. Diese Organisation in Paris ansässig hatte die Aufgabe, jedes Jahr eine Journalistin oder einen Journalisten auszuwählen und ihm ein neunmonatiges Stipendium in Paris anzubieten. Und dazu gab es also eine Auswahlkommission und diese Auswahlkommission wurde vom Intendanten Becker übernommen und nach kurzer Zeit sagte er, Ach, Sie sind da so gut drin, das könnte eigentlich Sie alleine machen. Und da hatte ich dann einen Fürsprecher mit, das war der Charlie Geibel, von damals war der Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung und, oder Stuttgarter Nachrichten, muss ich nochmal nachgucken. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass da in erster Linie wirklich die besten Frauen hinkamen. Und die sind mir heute zum Teil noch dankbar für diese Ausbildung, die sie in Paris dann genossen haben. Jetzt waren Sie damals noch so allein auf dieser hohen Ebene und dann hat sich ja irgendwann auch relativ spät eigentlich erst der Journalistinnenbund gegründet, wo man ja dann ein Netzwerk vorfand. Ich möchte mal vorlesen, was Gisela Brackert, Redakteurin damals beim hessischen Rundfunk, wie die das auch so ein bisschen angetrieben hat, oder angetriggert hat, indem sie einen offenen Brief geschrieben hat und da gefragt hat, ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass die medienpolitische Diskussion nur unter Männern stattfindet, dass die Berufsperspektiven von Journalistinnen niemals Thema unserer Berufsverbände waren und drittens, dass wir Journalistinnen uns zwar gern zum Sprachrohr der Initiativen des Ärztinnenbundes, der Frauen in den Naturwissenschaften und Technik, der Akademikerinnen etc. machen, aber selbst kein Sprachrohr für unsere Interessen und unsere Sicht der Dinge haben. Das heißt, die Frauen haben einfach auch so vor sich hingearbeitet, haben sich für andere engagiert und gar nicht mal so richtig auf ihre Situation geguckt oder nicht genug. Und dann aber, 1987, hat sich dann der Journalistinnenbund gegründet und ein Jahr später sind Sie schon dabei gewesen. Ja. Das war also quasi, das hatten Sie so ein bisschen fast drauf gewartet, nehme ich an, oder? Das kann man wohl sagen. Ich erinnere diesen Brief, den Sie vorgelesen haben, eben ganz genau noch von Gisela Brackert, als der kam, habe ich doch am selben Tag gedacht, da muss ich hin, da muss ich rein und gehörte dann also auch zu den Teilnehmerinnen des ersten Kongresses, zu dem Gisela Bracker eingeladen hatte. Und das war also in Frankfurt 1988. Und seitdem habe ich jede Jahrestagung, die der Journalistinnenbund mit einer Ausnahme besucht und die Ausnahme bisher war im letzten Jahr Corona-bedingt, bin ich nicht nach Berlin zur Verleihung der Journalistenpreise gefahren und zur Mitgliederversammlung des Journalistinnenbundes. Können Sie sich noch so an den Geist und die Diskussionen in den ersten Jahren erinnern? Gibt es da was Rausragendes, wo Sie sagen, das hat uns beseelt oder hier, das war eine harte Diskussion oder das wollten wir unbedingt erreichen? Oh ja, es ging vor allen Dingen in allererster Linie darum, den Anteil der Frauen in den Medien zu erhöhen und da kam uns natürlich zugute, dass die Weltfrauenkonferenz 1995 kam, also ein Jahr, nachdem ich da schon Geschäftsführerin war, kam, war das Jahr 1995 und da bin ich dann nach Peking gefahren und habe die erste große Untersuchung, die der Journalistinnenbund gemacht hat, über das Bild der Frau in den Medien in Peking vorgestellt. Das war für mich ein super Ereignis meines Lebens, unter so vielen tollen Frauen sowas vorstellen zu dürfen. Ja, das glaube ich. Mussten Sie da Englisch sprechen? Nein, das wurde simultan übersetzt. Was war das für eine Studie? Was haben Sie da rausbekommen? Ich habe später die Studie fortgeführt, die Präsenz von Frauen in den Nachrichten und ich habe die alle fünf Jahre bis 2010 gemacht, um zu sehen, wie gibt es also Fortschritte. Das fing mit 18 Prozent an und liegt jetzt so bei etwa 30 Prozent, nicht nur bundesweit, sondern je nachdem auch so weltweit, hat sich das also nur in einem Maße erhöht, der höher sein sollte, wenn man bedenkt, wie viel Macht die Männer noch haben. Können Sie sich noch erinnern, was da jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse waren? Ja, die wichtigsten Erkenntnisse waren, dass es einfach auch in den, je höher es in die Hierarchie hineinging, umso weniger waren Frauen sichtbar. Und in den Nachrichten auch, die Männer dominierten die Nachrichten nicht nur als Kommentatoren, sondern auch in ihrem Auftreten. Die Frauen kommen nach wie vor wenig zu Wort in den Nachrichten. Und es war auch so, dass die Männernamen genannt wurden, Frauennamen wurden oftmals auch überhaupt nicht genannt, auch wenn sie auftraten. Haben Sie da auch so Stereotype-Darstellungen entdeckt? Auch viele. Oh ja. Das ist ja heute zum Teil noch Stereotyp. Was konnte denn der Journalistinnenbund da ausrichten? Der konnte zumindest ausrichten, dass das Thema Beachtung fand. Ich habe die Ergebnisse unserer Studie bundesweit, bundesweit von Schleswig-Holstein bis nach Bayern in allen wichtigen Institutionen vorgestellt und diskutiert in allen möglichen Netzwerken, bei allen Landesfrauenverbänden bis hin zum Deutschen Presserat. Das war für mich noch das Allerwichtigste, weil da im Presserat ja die wichtigsten Vertreter anwesend waren. Und dort also die Ergebnisse darzustellen und den Männern beizubringen, dass es immer noch die Dominanz der Männer ist, dass Frauen nicht zum Zuge kommen, war nicht ganz leicht und hat dann auch immer dazu geführt, dass die Diskussionen sich genau auf diesen Punkt konzentrieren. Damit gaben Sie natürlich den Frauen, die jetzt in den Medien wirkten, Munition in die Hand, um in der Redaktionskonferenz zu sagen, so, jetzt machen wir das aber mal anders. War das so? Ja, ja, das denke ich war zum Teil so. Das hat sich ja dann langsam nur entwickelt. Sie haben ja einen Nachwuchsförderpreis ins Leben gerufen und selbst gestiftet. Ja. Erzählen Sie mal davon. Also, ja, mir war natürlich aufgefallen, wie die Benachteiligung der Frauen war. Und ich selber habe immer gedacht, mein Gott, was habe ich für ein Glück. Ich habe mich nie in meinem Leben um irgendeine Stelle selber beworben. Ich bin immer gefragt worden, ob ich kommen will auf eine Stelle. Ich habe nie eine Bewerbung geschrieben. Und wenn ich dann sah, wie schwer es die jungen Frauen hatten und wie sie kämpfen müssten und auch jetzt immer noch kämpfen und durch diese vielen Zeitverträge, die vergeben werden, dann haben die das also so schwer. Und sie tun mir nach wie vor sehr leid im Verhältnis zu dem, wie leicht ich es hatte. Und dann habe ich gedacht, du musst da irgendwas zurückgeben. Du hast so viel Glück gehabt und jetzt, und du hast dann, das war ja schon, als ich in Rente war, du hast dann so gute Rente durch den Rundfunk bekommen. Nun, gib da mal was für den Journalisten einen Preis her und habe dann anonym gespendet. 1.000 Euro, sind im nächsten Jahr sind es immerhin 20.000 Euro. Das habe ich mir neulich mal gedacht, oh, es kommt ja doch einiges zusammen im Laufe der Jahre. Und habe den dann im Journalistenenbund eingebracht und habe gesagt, aber nur unter der Bedingung anonym. Ich will nicht, dass mein Name kommt. Das war im Jahre 2002 und dass er erstmals verliehen wurde, als unter dem Namen Neue Töne und vorher war es was, jetzt komme ich... Neue Bilder und neue Töne? Ne, ne, neue Worte, neue Töne, so ähnlich. Naja, also wir können es ja noch nachprüfen. Und dann ist er auch wirklich unter dem Namen gelaufen und viele Jahre und es war auch nicht bekannt, dass der Preis von mir kam. Da sagte dann Andrea Ernst auf der Jahrestagung in München, Malis, wir möchten, dass der Preis nach dir benannt wird. Und zwar aus dem Grunde, weil wenn du anguckst, wie viele Preise es gibt, alle Männer, die das gestiftet haben, nennen ihren Preis und dann nannte sie eine Reihe von Namen und die überzeugten mich derart, dass ich gesagt habe, Andrea, du hast recht. Also ich bin damit einverstanden und seitdem gibt es diesen Malis-Helsen-Nachwuchs-Preis, den wir gerade in der letzten Woche wieder vergeben haben. 2003 hat Ihnen ja der Journalistinnenbund die Hedwig-Dom-Urkunde zuerkannt und überreicht feierlich. Das war für Ihre journalistische Arbeit, für Ihre journalistischen Leistungen, aber auch eben für Ihr frauenpolitisches Engagement. War das was, was Sie sehr stolz gemacht hat, was Ihnen wichtig war? Ja, also ich habe im gleichen Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen und die Hedwig-Dom-Urkunde. Und ich muss sagen, die Hedwig-Dom-Urkunde hat mich unendlich stolz gemacht, weil Hedwig-Dom war die Patronin des Journalistinnenbundes und ich liebte ihre Schriften, also über alles. Und dass sie sich schon vor 100 Jahren eingesetzt hatte fürs Frauenwahlrecht, das fand ich großartig. Und im Namen von Hedwig-Dom geehrt zu werden, empfand ich als wirklich den Höhepunkt in meinem Leben. Na, das muss ich schon sagen. Sehr schön, ja. Was würden Sie denn sagen, was für Anliegen und Talente haben Sie selbst eingebracht in den Journalistinnenbund? Meine Beharrlichkeit, dass man doch etwas erreicht, sehr viel Engagement, auch dahingehend, dass ich die Geschäftsführung des Journalistinnenbundes als Fulltime-Job ausgefüllt habe. Ich habe so viel gearbeitet, wie ich vorher in der Festanstellung gearbeitet habe und das alles, also wirklich ohne jede Bezahlung, das war schon viel wert. Und ich habe vieles mitorganisiert und wurde dann auch immer als Gedächtnis der Journalistinnenbundes, auch heute noch benannt, werde immer noch angefragt, weißt du noch? Und ich bin dann immer froh, wenn ich sagen kann, ja, weiß ich noch. Ja, und als Chronistin habe ich wirklich gesammelt, gesammelt, gesammelt und sodass ich vor zwei Jahren, glaube ich, 20, ich glaube es waren nur 20 bis 30, Ortler ans Frauenarchiv in Kassel abgegeben habe. Aber Sie haben ja schon mitgewirkt an einem gewissen Wandel in den Medien. Ja, ja, ja. Wie würden Sie den beschreiben? Was ist dann vielleicht doch besser geworden? Ja, Frauen lassen sich nicht mehr so zurückdrängen und treten also auch auf und wissen inzwischen, welche Rechte sie haben und lassen sich nicht mehr alles gefallen. Und sie wissen auch zum Teil, dass sie besser sind als die jungen Männer, was jetzt die Ausbildung angeht. Und das macht sich dann doch schon irgendwo bemerkbar. Mich interessiert nochmal ein Blick zurück auf Ihre Mutter. Ja. Weil man fragt sich ja immer, wenn eine Frau so viel leistet, wie ist die so geworden? Und Ihre Mutter hat sie ja eigentlich weitgehend allein aufgezogen. Erzähl Sie mal von Ihrer Mutter. Alma hieß sie, glaube ich. Meine Mutter hieß Alma und alle in meinem Freundeskreis sagten auch immer Mutter Alma. Und ich hatte eine großartige Mutter. Also ein wirklich ein so fröhlicher Mensch. Und ich habe ihr aber, und das ist jetzt der Einzige, habe ihr eigentlich, als ich so in die Frauenbewegung reinging, habe ich ihr eigentlich übel genommen, dass sie nicht berufstätig war. Aber das war ja seinerzeit so. Und sie ist ja 1905 gewesen und hat mit 30 Jahren geheiratet. Dann kam gleich der Krieg und mein Vater fiel in Stalingrad oder nach Stalingrad in der Gefangenschaft. Ja, und da war nichts mit Berufstätigkeit. Und dann hatte sie alte Eltern, die sie pflegte. Aber ihr ganzes Sinnen und Trachten galt mir und sie hat also wirklich für mich alles gemacht. Und ich habe sie, als sie 78 war, habe ich sie noch aus der Lüneburger Heide hier nach Köln geholt. Und obwohl man sagt, alte Bäume verpflanzt man nicht, sie konnte man noch verpflanzen, unwahrscheinlich. Und sie hat mich umsorgt. Früher hat sie mir zum Wochenende das Essen per Eipost geschickt, per Paket geschickt. Meine Wäsche musste ich auch immer per Paket bekommen. Und als sie dann hier war, hat sie dann hier rundum für mich besorgt. Und sie war immer, wenn ich Freunde hatte, der Mittelpunkt durch ihre wirklich fröhliche Art und unkomplizierte Art. Man sagt ja immer, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau und hinter jedem eine Frau. Ja, das stand bei mir. Ja, in der Tat. Was bleibt noch zu tun, so im Medienbereich? Was würden Sie sagen, was wünsche ich mir noch? Also ich würde mir gewünscht haben, dass also die Intendanz beim ZDF von einer Frau übernommen worden ist. Hat aber ja leider nicht geklappt. Aber dass also die Zahl der Intendantinnen nicht bei 4 stehen bleibt, sondern dass Frauen also wirklich die Karrieren nicht durch Männer behindert werden. Und das ist eine Frau, die Frau übernommen ist.